Das ist der Ort. Welcher Ort? Aus meinen Träumen. Was kann ich für Sie tun? Sie haben Steinbach zu dem gemacht, was es heute ist. Ihre Mutter befindet sich in einem Stubohr. Meistens wird dieser Zustand durch ein Traum herausgelöst. Einige der möglichen Auslöser können vererbbar sein. Kennst du das, wenn du aufwachst und der Traum ist noch da? Und bist du aus dem Traum rausgekommen? Und wenn du es merkst, aber trotzdem nicht aufhaben kannst? Nein, ich bin wahnsinnig. Ich bin auch genau wie Sie. Du bist stark und gefährlich. Sie haben sich alle umgebracht. Das ist kein Geheimdienst. Auf Steinbach! Auf Steinbach! Eins! Ich muss einfach nur schlafen. Er ist ein gefühlschrank. Untertitelung des ZDF, 2020